Vertrieb beginnt, wenn der Kunde Nein sagt. Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk, herzlich willkommen heute mit einer Osterfolge Karfreitag. Diese Folge gibt es ja als Podcast und auch als YouTube-Video. Wenn du kein YouTube-Video mehr verpassen willst, dann einfach den Kanal unten abonnieren. Ja, da wirst du immer benachrichtigt, wenn was Neues kommt. Ja, wenn du den Podcast hörst und mich mal vor der Kamera erleben willst, zweifelhaftes Vergnügen, aber wenn du das mal sehen willst, dann auch auf YouTube gehen. So, heute geht es um ein Zitat, kurze knackige Folge zu Ostern, um so ein bisschen die Gehirnzellen anzuregen. Vertrieb beginnt, wenn der Kunde Nein sagt. Was bedeutet das? Was steckt da drin? Also ich finde, das ist eine schöne Abgrenzung für Vertrieb zwischen Auftragsannehmer, also E-Commerce und so weiter, teilweise auch im Einzelhandel. Das ist halt kein Vertrieb, das sind Auftragsannehmer. Da geht es nicht darum, mit dem Kunden zu kommunizieren, Widerstände zu überwinden, sondern Aufträge anzunehmen. Und ich finde immer eine schöne Metapher sind so Koalitionsverhandlungen oder Tarifverträge. Da wird es halt kompliziert. Da muss man sich zusammensetzen, da muss man verhandeln und eine gemeinsame Lösung herausfinden. Da geht es ja auch nicht darum, irgendjemanden über den Tisch zu ziehen, sondern es geht darum, einen Kompromiss auszuhandeln, eine gemeinsame Lösung, mit der beide leben können, eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Und ja, wir sind ja jetzt zu Ostern. Deswegen, wenn man sich mal vorstellt, es geht ja auch um Eier suchen für die Erwachsenen, vielleicht auch eher für die Kinder. Wenn die Eier jetzt alle auf dem Tisch liegen würden, das wäre ja langweilig. Ja, also wir wollen ja auch die Challenge haben. Und ich sehe das auch bei Verkäufern, die brennen, wenn die Kunden einfach nur so auf dich zulaufen. Ja, das ist ja eigentlich langweilig. Also du gehst ja nicht dahin, wo der Widerstand ist, da wo der Schmerz ist. Man sagt ja auch im Training, die Muskeln wachsen nur oder du wirst nur schneller, wenn du gegen den Widerstand gehst. Du musst den Widerstand überwinden, um besser zu werden. Das ist ja auch die Challenge. Das ist ja auch das, was uns reizt im Vertrieb. Und deswegen sind manche Leute auch lieber im Vertrieb als andere. Es geht auch dabei nicht um Überreden, sondern es geht um das Thema Überzeugen. Wir sagen ja immer, Vertrieb ist, den Kunden zu einer fundierten Kaufentscheidung zu führen, da wo es kompliziert ist. Da ist es spannend im Vertrieb. Und es ist ganz ehrlich, der Kunde weiß oft selber nicht, was gut für ihn ist. Stell dir vor, du hast, also ich kann mich noch gut erinnern, als ich einen Blackberry hatte. Ja, ich habe das Ding geliebt. Ich hätte das, das war quasi schon in der Hand festgenagelt. Ich hätte gesagt, okay, ich will nie was anderes haben. Und dann kam das iPhone. Wenn mir jemand das nicht verkauft hätte, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich immer noch ein Blackberry. Was sind deine Erfahrungen damit? Kennst du das auch, dass man, dass der Kunde manchmal gar nicht weiß, was gut für ihn ist? Also gerne hier unten in die Kommentare reinschreiben oder natürlich auch über den Vertriebsfunk oder über Facebook. So, Vertrieb beginnt erst mit dem Nein des Kunden. Das bedeutet, ich muss mich auf diese Neins vorbereiten. Das ist Training. Das ist ja mein Thema schlechthin. Das ist auch ein bisschen Drill. Welche Neins kommen denn vom Kunden? Darauf kann ich mich vorbereiten. Beim ersten Mal vielleicht noch nicht. Es sei denn, es gibt schon Kollegen, die schon ein paar Neins vom Kunden gehört haben. Und dann kann ich mal sagen, welche Neins kommen vom Kunden? Und wie kann ich denn auf diese Neins reagieren? Wenn das erste Mal ein Nein vom Kunde kommt? Das sind ja auch Vor- und Einwände. Kein Bedarf, keine Zeit, kein Geld. Die Features interessieren mich nicht. Das sind ja die Themen, auf die wir uns vorbereiten können. Das sind ja dann schon die Neins. Zu teuer und so. Und darauf bereite ich mich vor, wie ich damit umgehen kann. Und dann ist das ja auch schon eher ein Sport, wo ich sage, okay, das sind die Einwände des Kunden, die Probleme des Kunden. Und wie kann ich ihm jetzt das nahe bringen, dass meine Lösung aber doch das Richtige für ihn ist? Oder wie können wir einen Kompromiss finden, dass wir zusammenkommen? Es gibt auch diese sogenannten Five Whys. Die hatten wir, glaube ich, schon mal hier im Podcast. Wenn du in eine Akquise reingehst, wo du eigentlich auch immer über ein Nein des Kunden weg musst. Also die Five Whys. Nochmal, why listen? Also warum soll ich dir überhaupt zuhören? Also du rufst irgendjemanden an oder du hast einen Termin, der sagt, interessiert mich, was du mir erzählen willst. Also warum sollst du mir überhaupt zuhören? Das ist schon das, kann man auch die Fünf Neins des Kunden. Warum soll ich mich dafür interessieren, was du mir zu erzählen hast? Why care? Das ist das Zweite. Das Dritte, why change? Warum soll ich zu dir wechseln von den Anbietern, die ich jetzt schon habe, mit denen ich mehr oder weniger zufrieden bin? Das ist ja auch immer, Vertrieb ist ja immer, den Status Quo in Frage zu stellen beim Kunden, weil der Kunde hat ja irgendeine Lösung oder er hat auch keine Lösung, aber er lebt ja heute auch. Und ich muss diesen Status Quo in Frage stellen. Also why change? Und dann, warum soll er denn zu mir wechseln? Warum soll er mit mir zusammenarbeiten? Und warum jetzt? Warum soll er jetzt mit mir zusammenarbeiten? Und das kann ich auch als Fünf Neins des Kunden auffassen, über die ich halt auch hinwegkommen muss. Und da wird der Vertrieb halt spannend. Deswegen sind wir im Vertrieb. Deswegen machen wir das gerne. Vertrieb beginnt mit dem Neins des Kunden. Das ist auch eine Einstellungssache. Wenn man immer sagt, der Kunde ist blöd, der stellt immer so doofe Fragen, der will immer so komische Sachen haben. Nee, das gehört mit dazu. Und ich finde immer, ein Kunde, der überhaupt keinen Widerstand gibt, da habe ich immer ein komisches Gefühl. Also ich finde, da muss man sich auch irgendwie annähern. Und das hat auch ganz viel mit unserem Kopf zu tun und mit unserem Herzen, wo ich sage, ich mag dich lieber Kunde und du wirst mein Kunde werden. Das sind vielleicht auch so Sachen, die man sich ab und zu mal vorsagen muss, dann wird es einfacher. Ich wünsche euch eine wunderschöne Ostern-Challenge beim Eiersuchen. Jedes Ei, das ihr nicht findet, ist ein Nein, auf das ihr euch vorbereiten könnt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Ich freue mich auf euer Feedback. Und bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss. Wenn du noch mehr Input brauchst, wie du besser verkaufen kannst, wie du mehr Umsatz machst, wie du bessere Karriere machen kannst, wie du dich bewirbst, wie du gute Mitarbeiter findest, dann schau dir doch einfach die Videos hier an. Da haben wir eine ganze Menge Material. Oder abonniere einfach den Kanal. Dann wirst du automatisch informiert, wenn was Neues kommt und du verpasst keine Folge mehr.